Viele Parasiten sieht man nicht, weil die sind ja so klein, dass sie für uns unsichtbar sind, für das menschliche Auge. Und das sind auch ganz sicher keine unverdauten Nahrungsbestandteile oder Ballaststoffe. Ich habe mich schon seit einigen Jahren damit beschäftigt und kann das mittlerweile unterscheiden und weiß, dass das hier auf jeden Fall eine parasitäre Lebensform ist. Es sind auch oft so Ängste, dass die Leute Angst haben, was in ihrem Körper ist. Das versucht man dem Call auch zu nehmen, dass sie es als Befreiung, als Geschenk sehen, dass etwas den Körper verlässt, was da eigentlich nicht reingehört. Und das versuchen wir dann auch ein bisschen mit zu begleiten, dass sie die Ängste verlieren. Warum macht das Sinn zum Vollmond oder um den Vollmond herum? Da ein besonderes Augenmerk drauf zu legen. Und zwar ist es so, dass wie viele andere Lebewesen auch die Parasiten ihre Aktivität auch von den Mondphasen abhängt oder damit zusammenhängt. In der Erfahrungsmedizin hat man herausgefunden, dass die um die Zeit sehr fortpflanzungsaktiv sind. Und dann hat man auch bemerkt, dass antiparasitäre Maßnahmen zu dieser Zeit deutlich effektiver sind. Was ist die Antiparasitäre? Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Sören Schumann und ich habe mich heute getroffen, zusammen mit der Silke Leopold und der Eva Lambrich. Und wir sprechen heute über eine ganz spezielle Parasitenkur. Und die Silke und die Eva haben damit schon sehr, sehr viel Erfahrung. Sie haben auch schon hunderte Leute da betreut. Und darüber werden wir uns heute genauestens austauschen. Ja, vielleicht noch ganz kurz und knapp zum Thema Parasiten. Die Leute, die auf meinem Kanal schon einige Zeit den verfolgen, die haben ja schon viele Informationen dazu bekommen. Warum ist das ein wichtiges Thema? Aus meiner Erfahrung, meiner Sicht nach, hat eigentlich jeder Mensch Parasiten. Die Frage ist halt, ob sie dann Probleme auslösen oder nicht. Aber sie können auf jeden Fall ein zentraler Faktor sein bei so gut wie allen Symptomen. Egal ob es ist psychische Beschwerden, egal ob es ist chronische körperliche Beschwerden, Autoimmunerkrankungen, Krebs, Verdauungsprobleme und sämtliche Frauensymptome übrigens auch. Und ja, da gibt es eigentlich eine große Palette, wo sie eigentlich so gut wie überall beteiligt sein können und auf verschiedene Art und Weise im Körper Schäden anrichten können. Sogar den Wirt, also uns als Menschen manipulieren können oder uns daran hindern können, vielleicht so unser volles Potenzial und auch Gesundheitspotenzial zu entfalten. Und daher bin ich ja sehr gespannt, was die beiden heute berichten werden über diese sagenumwobene Vollmond-Parasit-Kur. Und bevor wir in die Thematik starten, vielleicht könnt ihr noch kurz was zu euch sagen und dann geht es direkt los. Also mein Name ist Silke Leopold. Ich bin schon seit auch 2013 auf YouTube unterwegs. Meine Themen, also ich habe erstmal mit Ernährung gestartet, Pflanzenbasierte Ernährung, Rohkosternährung. Da kommt dann auch Darmreinigung, Fasten in Giften dazu, auch Schleimfreie Heilkost an und Ehret. Ja, das sind so meine Themen, ganz kurz und knapp. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Eva Lambrich. Ich begleite Menschen in der Beratung durch die Astrologie und mit der Hypnose, wenn es dann noch eine Etage tiefer geht oder wir durch das Bewusstwerden vieler Themen, die Klienten Lust haben, auch noch an die Ursache, an die Wurzel ranzugehen. Und das mache ich sehr gerne. Und da habe ich dann auch noch mich mit der Silke Leopold zusammengetan, wo wir eine Gruppe betreuen bei der Reinigung und Entgiftung und auch ganz speziell nochmal zu jedem Vollmond nach einem gewissen Protokoll Parasiten auf stoffliche und feinstoffliche Art und Weise den Menschen helfen, sich davon zu befreien. Okay, das klingt sehr, sehr spannend. Vielleicht zum Anfang. Wie seid ihr dann auf diese mittlerweile schon fast legendäre Vollmond-Parasiten-Kur gekommen? Wie kam es dazu? Wo habt ihr die ausgegraben? Also Eva und ich, wir beschäftigen uns schon lange mit dem Thema Entgiftung. Wir sind jetzt schon ein paar Jahre befreundet. Ich habe auf meinem Kanal auch schon einige Interviews, eben Solhypnose, mit Eva veröffentlicht. Und irgendwann hat sie mich angerufen und hat gesagt, Mensch, ich habe da hier ein ganz neues Mittel, was wirklich sehr effektiv ist, was die Entgiftung unterstützt. Und das und das ist bei mir passiert. Und da habe ich gedacht, das interessiert mich, weil Entgiftung war auch dann schon länger bei mir ein Thema. Und ich habe auch verschiedene Entgiftungskuren gemacht, Parasitenkuren auch schon. Alles, was ich damals so im alternativen Bereich gefunden habe, habe ich auch so ein bisschen ausprobiert. Und genau, dann habe ich mir auch diese Tropfen bestellt, die die ganzheitliche Entgiftung unterstützen. Und das war so der Beginn. Ich habe das selber so getestet. Das sind also Tropfen, die von Kopf bis Fuß wirken, sage ich mal so. Besser, also in meiner Erfahrung, besser als alles, was es bis dahin gab. Es ist also praktisch mittelangepasst an die neue Zeit, weil es eben nicht nur auf körperliche Ebene wirkt, sondern auch Geist und Seele mit reinigen können. Und dann das, was heilt, ist ja dann der Körper selbst. Und ich habe erst mal da mitgestartet. Und dann habe ich noch zwei andere Produkte integriert. Das sind so Kapseln. Die sind vor allem für Gehirn und Fokus, Balance der Hormone und Emotionen und geben dem Darm auch die Nachricht, hey, wir haben hier Zutaten, daraus kannst du Dopamin und Serotonin selber bilden. Das sind ja die sogenannten Glückshormone. Und dann ein drittes Produkt, was auch für diese ganzheitliche Entgiftung konzipiert wurde, ist so ein Sachet, was eben Darm und Mikrobiom unterstützt. Ja, und dann, also wir haben erst mal damit entgiftet und eine Gruppe gegründet, wo Eva mich auch sehr gut unterstützt hat. Und dann irgendwann ploppte so ein Parasitenprotokoll auf mit diesen drei Produkten. Und dann haben Eva und ich uns überlegt, Mensch, das wäre doch eine gute Sache, unsere Leute da zu begleiten, das anzubieten. Gerade weil wir uns auch schon länger damit beschäftigen, weil wir eben auch empfinden, dass es wichtig ist. Und ja, der Dr. Dietrich Lingert hat ja auch schon gesagt, Schwermetalle, die meisten Menschen haben Schwermetallbelastung, da finden sich oft auch Parasiten. Also war es klar, nicht nur das Entgiften ist wichtig, sondern auch eine spezielle Parasitenkur, um das einfach gut zu kombinieren. Und mit diesen effektiven Werkzeugen hatte ich dann auch das Gefühl, das könnte wirklich eine gute Sache werden. So mit diesen Mitteln der neuen Zeit, wie ich es manchmal sage. Und ja, Eva, du kannst gerne mal über die Gruppe berichten. Wie sind wir denn gestartet und wohin ist es dann gegangen? Naja, also uns war natürlich auch klar, Reinigen, Entgiften ist das eine. Aber es gibt dann so ein Thema, da gibt es für viele doch so eine Barriere. Reinigen, Entgiften ist gut, aber alles, was dann mit so Parasitenwürmern und so zu tun hat, das ist dann doch nochmal so ein größerer Schritt. Und darum dachten wir, naja, wir öffnen jetzt mal so eine Gruppe für experimentierfreudige Einzelkämpfer sozusagen und haben, glaube ich, mit 20, 30 Leuten begonnen, einschließlich uns selbst und unseren Bekannten und also der innere Zirkel sozusagen. Aber diese Gruppe ist innerhalb von einem Jahr auf satte, sind wir schon bei 2000 oder über 2000 Leute angehen, gelangt. Das ist schon fast eine Kleinstadt. Und das hätten wir wirklich nicht gedacht, dass es doch immer mehr Menschen gibt, die sich das trauen. Und ich glaube auch, das hat wie so eine Dynamik, so eine Eigendynamik, dass man sich dann das auch weitererzählt hat, du, das ist gar nicht so schlimm, das kann man super in den Alltag integrieren. Da gehst du nicht am Stock jetzt für eine Woche oder musst dich ins Bett legen, sondern dass das durchaus ganz normal in den Alltag und sogar in den Berufsalltag mit integrierbar ist. Und das finde ich neu und einzigartig, was es bisher so nicht gegeben hat. Also ich habe auch einiges ausprobiert, aber da muss ich sagen, da habe ich mich gerne für ein paar Tage oder auch ein, zwei Wochen mal komplett zurückgezogen, weil alles andere war unmöglich. Und ich würde gerne noch ergänzen, vielleicht erinnerst du dich, Eva, wir hatten das Protokoll erst mal so in die Gruppe gegeben und gesagt, hier, das gibt es. Und da hat eine Teilnehmerin unserer Entgiftungsgruppe, der hat das gleich mal ausprobiert im Alleingang. Und dann hat die uns Sprachnachrichten geschickt und Bilder, Halleluja. Ich erinnere mich. Ich sagte, oh krass. Und vor allem, das war so, die hat mir dann wirklich Sachen von ihren Ausscheidungen geschickt und da habe ich mich erinnert. Also wie gesagt, Parasitenkuren interessieren mich schon länger und das wurde ja vor Jahren auch mal so *** empfohlen. Es ging so in alternativen Kreisen rum. Ein Freund von mir, der hat immer viel gefastet und auch Parasitenkuren gemacht. Der wusste, er hat da was, eine Belastung und hat eben das dann auch unter anderem mit ***. Und der hat mal so eine krasse Parasitenkur gemacht und mir genau die gleichen Bilder geschickt mit diesen komischen Gebilden, was da rauskam. Und das hat mich dann so, dachte ich, oh, das ist aber, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass das so effektiv sein kann. Niemals. Also, weil wir verwenden die ja zum allgemeinen Reinigen und Entgiften, aber dass allein in der Doppelten Dosierung oder auch noch etwas höher das möglich ist, hätte ich nie gedacht. Also nie. Ja. Ich glaube, sie hat das im Juni gemacht, da haben wir gesagt, so, jetzt machen wir das richtig aktiv. Jetzt wird ganz Deutschland Parasiten frei, habt ihr dann entschlossen. Ja. Das muss man einfach anbieten. Und dann waren wir ja erst ganz klein und dann, ich weiß gar nicht, wie das auf einmal die Runde gemacht hat. Wir haben es ja nur für unsere Leute gemacht. Auf einmal kam dann ganz viel Anfragen, ja, können wir unsere Leute mit bei euch hinzufügen? Ich weiß gar nicht mehr, wie es die Runde gemacht hat. Vielleicht in Erfahrungsaustausch, Produktaustausch, dass es aufploppte. Und mittlerweile, ja, ich habe 2.258 Mitglieder, also Interessenten. Und davon haben schon etliche das in dem Jahr mitgemacht. Und ja, das ist auf alle Fälle, ja, sehr interessant, effektiv. Mich interessiert ja vor allem auch immer, was da so auf emotionaler, seelischer Ebene passiert. Und das machen auch einige Heilpraktiker, haben schon diese Ausleitung auch mitgemacht. Und bei denen passiert immer energetisch ganz viel. Oder auch bei sehr feinfühligen Menschen, da passiert energetisch sehr viel. Und die sagen, das ist wirklich sehr kraftvoll. Also die sagen, das ist wirklich empfehlenswert, was damit so möglich ist. Naja, das haben wir ja auch festgestellt, dass es nicht allein bei dem Körperlichen ausscheiden bleibt, sondern das, und das sehe ich mittlerweile eins zu eins. Es ist auch das gleiche Vor-, also die gleiche Ursache und Symptome. Also es ist eigentlich, man kann das körperliche und das seelisch-geistige, ist genau das gleiche. Wenn das Milieu aus der Balance geraten ist, dann haben wir eben mehr die Möglichkeit, dass wir Pilze, Bakterien, dass es zu gesundheitlichen oder dass es zu Infektionen kommt. Und genauso ist es auch, wenn wir nicht bei uns sind, wenn wir nicht kräftig, stark, bewusst sind, und dann kann es leichter dazu kommen, dass wir uns eben auch feinstoffliche Anhaftungen zuziehen. Also es ist immer das Gleiche. Und auch das Sich-Verabschieden wieder, wenn man wieder in die Balance kommt, wenn man Dinge klärt, wenn man loslässt oder auch integriert, wenn man an seinen Themen arbeitet, dann kann sich das auch wieder stabilisieren. Und dann wollen sich diese Energien von selbst auch wieder entfernen, weil es einfach nicht passt. Weil es passt nicht zusammen. Bevor wir gleich nochmal über den Ablauf und die Durchführung und alle wichtigen Infos rund um die Kur sprechen, würde ich noch kurz was sagen zum Thema Vollmond und Parasiten. Und zwar, warum macht das Sinn zum Vollmond oder um den Vollmond herum, da ein besonderes Augenmerk drauf zu legen? Und zwar ist es so, dass wie viele andere Lebewesen auch die Parasiten quasi von den, also ihre Aktivität auch von den Mondphasen abhängt oder damit zusammenhängt. Und ja, Beobachtungen zufolge oder das sagt man so, in der Erfahrungsmedizin hat man herausgefunden, dass die um die Zeit sehr fortpflanzungsaktiv sind. Und dann hat man auch bemerkt, dass halt antiparasitäre Maßnahmen zu dieser Zeit deutlich effektiver sind. Eva kann vielleicht auch noch ein bisschen mehr so aus astrologischer Sicht dazu sagen. Auf körperlicher Ebene habe ich das zum Beispiel auch, weiß ich, ich bin ja auch mit vielen Ärzten in Austausch und zum Beispiel in der Swiss Mountain Klinik, die haben auch extra eine Vollmond-Parasitenkur, dass sie speziell zu diesen Tagen antiparasitäre Maßnahmen durchführen, weil sie auch die Erfahrung gemacht haben, dass da viel mehr Parasiten rauskommen sozusagen oder dass die Effekte viel stärker sind. Und ich habe noch ein spannendes Zitat von dem Dr. Raphael DeAngelo, der ist seit über 45 Jahren ganzheitlicher Arzt und sein Schwerpunkt sind Parasiten. Und der hat, ich glaube, das war auf dem, es gibt auch quasi einen einen Parasitenkongress, gab es in den USA und ich glaube, auf einen dieser Kongresse hat er gesagt, ich zitiere, ein Aspekt der Behandlung wurde von allen Ärzten auf dem Kongress hervorgehoben. Er hat mit den Zyklen des Mondes zu tun. Wie uns erklärt wurde, wirkt sich die Anziehungskraft des Mondes auf alle Gewässer der Erde und auf das Aktivitätsniveau der lebenden Organismen aus, indem sich das Wasser in ihnen ausdient oder zusammenzieht. Der Wassergehalt in Parasiten dehnt sich aus, wenn der Mond von kaum sichtbar zu Vollmond wird. Dadurch werden die Parasiten reizbarer und verbrauchen mehr Nährstoffe. Die Verabreichung von Parasitenmitteln während dieser Zeit führt zu einer effektiveren Eliminierung bei geringerer Dosierung. Dies ist zu einem Standardverfahren in unserem Behandlungsplan geworden und es funktioniert. Wir sind quasi nicht die einzigen Leute, die bemerkt haben, dass da einiges abgeht rund um den Vollmond. Ja, wo wollen wir anfangen? Wie läuft denn die Kur ab? Oder noch vorher, wie bereitet man sich darauf vor? Also wir haben jetzt nach einem Jahr wirklich die Erfahrung gemacht, das ist erst mal wichtig, eine gewisse Entgiftung, erst mal, also einen gewissen Weg der Entgiftung zu gehen. Es ist jetzt nicht ratsam, die drei Produkte und dann sofort jetzt eine Woche zu nehmen und beim nächsten Vollmond da sofort einzusteigen. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, mit diesen drei Produkten, die ich am Anfang ganz kurz beschrieben habe, habe, dass man da erst mal so eine Grundreinigung macht. Zumindest erst mal, man dosiert ja eh langsam hoch, bis man bei seiner Normaldosis ist. Und dass man das mehrere Wochen, wenn nicht sogar zwei Monate, erst mal diesen Weg gegangen ist, gerade wenn man höhere Belastung hat oder gerade wenn man auch chronische Krankheiten hat, wenn man eh schon nicht in seiner Kraft ist, bittet sich es auch erst mal an, zu entgiften und dann die Parasitenkur vielleicht im dritten oder vierten Monat einzusteigen. Also das ist so unsere Erfahrung. Es gibt natürlich Menschen, die machen das dann schon nach drei, vier Wochen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, bei manchen kann es wirklich zu Herausforderungen kommen, wenn sie nicht vorher entgiften. Dass wir das immer dazu sagen und dazu empfehlen. Dass man erst mal langsam sich mit den Produkten vertraut macht, weil man dosiert ja dann in dieser Kur höher und es ist eben wichtig, dass man weiß, wie sein Körper darauf reagiert, dass man das händeln kann. Dass man weiß, wie reagiert der Körper auf die Produkte. Dass man auch erst mal seine Normaldosis herausgefunden hat. Das heißt nicht nur, weil wir eine gewisse Empfehlung geben, was eine Normaldosis ist, dass das für alle gleich ist. Manche können vielleicht nur die Hälfte nehmen. Und das ist die richtige Dosis. Dass man das zumindest weiß, weil in der Parasitenkur verdoppelt man die eigene Normaldosis. Das ist wichtig, dass man das ein bisschen höher dosiert. Dass die Menschen einem nicht getraut sind. Kann man auch noch höher gehen? Also Eva, ich glaube, ich weiß nicht, Eva, hast du nicht, ich glaube, Eva, ich glaube, deine Weile war ja mal eine Normaldosis, die ist doppelte sowieso. Für das, dass ich es jetzt starkhaft angefangen habe, auch das erste halbe Jahr so durchgezogen habe. Das war auch in Ordnung. Bin ich jetzt extrem experimentierfreudig und ich verdreifache, vervierfache, je nachdem, was ich auch mal spirituell oder bei einer Meditation oder wenn ich irgendwie in dieser Richtung mal auch meinen, ja, keine Ahnung, eine Schallmauer doch brechen möchte oder so, dann, ja, also ich bin offen für Hochdosen. aber das muss ja jeder, das kann man ja auch erst mal langsam steigern. Ja. Genau. Ich denke, das darf jeder für sich selber rausfinden, aber ich bin eigentlich ein sehr sensibler, empfindsamer Mensch, was so Substanzen oder auch, also so Schulmedizin sowieso kann ich gar nicht, also verträgt mein Körper gar nicht oder toleriert und deswegen habe ich mich da schon langsam herangetastet, aber ich bin erstaunt, was ich alles, also wie hoch dosiert ich nehmen kann und das eigentlich nur eine positive Wirkung hat. Mhm. Okay, wie läuft dann die Kur ab? Könntet ihr das mal kurz und knapp zusammenfassen, damit sich die Leute was darunter vorstellen können? Also es gab ja ein Parasitenprotokoll von der Wissenschaftlerin, die diese Produkte kreiert hat und darin halten wir uns auch und dass man eben die drei Produkte höher dosiert und über den Tag verteilt nimmt. So, und da haben wir auch dann so ein paar, wir geben dann so Beispiele, das ist natürlich auch ganz individuell, wie man das so in Alltag integrieren kann, aber da gibt es schon so Vorgaben, dass die Menschen da einen roten Leitfaden haben und dann ist es zudem wichtig, auf Gluten zu verzichten und auf Zucker, also auch auf Früchte. Das ist an diesen drei Tagen wichtig und am Anfang haben wir es auch so gemacht, weil aus meiner Erfahrung heraus, ich habe ja auch Parasitenkuren gemacht, immer Ketogen, also die Kohlenhydrate stark heruntergefahren, also mit ketogener Rohkost sozusagen und habe dann einfach auch so ein paar Empfehlungen gegeben, je nachdem, wie sich jemand ernährt, ob Omnivor, vegetarisch, vegan, Rohkost, was man da essen könnte in der Zeit und dann hatten wir uns ja mal ausgetauscht und hast du gesagt, naja, das ist aber wirklich für die Fortgeschrittenen, weil von heute auf morgen auf Ketogen umzustellen, die drei Tage, ist schon eine große Herausforderung. Dann ist es schon besser, wenn die Leute gute Kohlenhydrate wenigstens essen und dass es eben wichtig ist auf Gluten und Zucker. Also geben wir jetzt auch die Empfehlung, die Fortgeschrittenen, die auch schon mal gefastet haben, die auch schon mal Kohlenhydrate weggelassen haben, die können das machen und es gibt tatsächlich Leute, die Fasten in den drei Tagen und wieder mit Säften, mit Gemüsesäften oder mit Wasser, hat man im letzten Call ja auch einen. Der hat aus religiösen Gründen sowieso gefastet und der kam da auch ganz gut damit durch. Das war für ihn, der hatte keine großen Herausforderungen. Das muss man immer ganz individuell schauen und was noch wichtig ist, dass man ab dem Vollmontag auch Ausscheidungen anregt, entweder über einen Einlauf oder sowas wie Scherflaume, Scheraprikose, Pommelozini, da gibt es so gewisse Produkte, die man verwenden könnte. Manche trinken auch fermentierten Sauerkrautsaft. Es ist halt wichtig, die Ausscheidungen anzuregen, dass das ausgespült wird. Genau, das sind erstmal so, ich sag's mal grob, der Ablauf und das ist so drei Tage, wo man die Produkte höher dosiert nimmt und dann ab dem Vollmond macht man noch so zwei bis vier Tage eben die Einläufe oder die regt die Darmentleerung an. Und es fängt quasi am Tag vor dem Vollmond an, dann der Vollmond an sich und der Tag nach dem Vollmond, dann nimmt man die Produkte höher dosiert und dann noch das, was du gerade eben gesagt hast. Wo man einfach dann sicherstellt, dass möglichst alles, was da freigesetzt wurde, was abgetötet wurde, dass das dann schnellstmöglich den Körper verlässt. Ja, und dann gibt's halt die Gruppe, der Austausch ist natürlich am aktivsten, kurz vor der Kur, während der Kur und danach. Und dadurch, dass schon viele Mitglieder mitgemacht haben, gibt's da auch immer so Tipps, Anregungen, wenn jemand was fragt oder Rezepte werden getauscht. Da gibt's, glaube ich, auch ein Rezepte-E-Book mit dieser, mit einer air-kohlenhydratarmen Ernährung. Also da gibt's schon immer auch Austauschinspirationen. Manche, die empfehlen dann auch, oder ich sag, auch Bitterstoffe sind auch immer gut. Gerade im afrikanischen Raum werden auch gerne so Neem, Papaya-Plattgrün, Graviola, die sind auch sehr, sehr bitter. Die werden auch oft eingesetzt bei Wurm- oder Parasitenbefall. Also wenn da jemand eine Quelle hat, ist auch wertvoll oder auch heimische, bittere Kräuter, wie Schafgabe zum Beispiel. Die sieben Kräuter, auch nach Bertrand Heidelberger. Also sowas, solche Empfehlungen gibt's dann auch mal, ne? Oder ja, wie kann man da gut durch die Zeit gehen? Die meisten gehen da gut durch die Arbeit nebenbei, haben eine Familie. Ja. Und das ist ja alles, nochmal, um das zu betonen, ist ja alles kostenlos. Also die Betreuung, die Gruppe, auch dieses Rezeptbuch zum Beispiel bekommen die Leute dazu oder finden sie in der Gruppe und auch die Zoom-Calls. Sind das ein oder zwei Zoom-Calls pro Vollmond-Kur oder unterschiedlich? Also wir haben monatelang zwei gehabt, aber jetzt den Sommer über, weil wir dann auch viel unterwegs sind, haben wir erst mal gesagt, ein, aber es kann sein, dass wir auch jetzt im September oder Oktober wieder zwei anbieten. Meistens dann immer der Vollmond und der Tag danach. Da haben die Leute schon ein bisschen Erfahrung gemacht, haben schon den ersten Einlauf gemacht. Und da, also ja, es kommen auch immer Fragen zum Einlauf, zu einer Ausscheidung. Und das ist ja auch wirklich dann nur für Teilnehmer, die aktiv sind, dabei sind. Und wir nehmen das auch nicht auf, dass es wirklich einen geschützten Rahmen gibt für alle, die da teilnehmen. Dass man wirklich, weil es ist ja schon ein bisschen ein empfindliches, sensibleres Thema, sehr persönlich, sehr privat, sehr intim. Ja, manche schreiben dann auch nur im Chat, manche fragen und wir versuchen das dann immer alles abzuarbeiten und einen schönen Raum, einen schönen Rahmen online zu geben, um sich auszutauschen, dass die Leute da so gut wie möglich durchkommen. Und ja, ihr bekommt ja da sehr, sehr tolle Erfahrungsberichte, oder? Also ich habe, du hast mir letztens was weitergeleitet, Silke, nach unserem Call, als ich letztes Mal dabei war, da hat jemand geschrieben, er hat dann so einen speziellen Einlauf gemacht und dann tausende Parasiten ausgeschieden. Also das ist auch, ich sage mal so, das passiert auch nicht alle Tage, also da muss schon ein bisschen was passieren im Körper. Also manche nutzen, ja, also nach dem Protokoll wird ja ein Einlauf empfohlen, aber ich merke immer, da haben viele so ein bisschen Vorbehalte. Oh, Einlauf, und dann geht es eben, ja, was können wir noch für Produkte? Da gibt es manchmal so eine Diskussion dann in der Gruppe und da sage ich, Leute, ein Einlauf ist einfach am besten, ihr kauft euch einmal ein Einlaufgerät und dann könnt ihr das jederzeit machen, auch wenn ihr merkt, boah, jetzt habe ich Kopfschmerzen und es geht mir im Bauchbereich rum. Da kann man sich oft mit dem Einlauf schneller behelfen, als wenn man jetzt irgendwie eine Scheraprikose nimmt, wo man nicht weiß, wann wirkt die denn jetzt endlich nun? Also genau, ich versuche die Leute da ein bisschen zu sensibilisieren, dass sie sich mehr mit dem Thema Einlauf anfreunden können und das einfach auch als gute Unterstützung sehen, was sie jederzeit auch anwenden können, wenn es irgendwie drückt und piekst. So, und ja, also da hat auch schon viel, sage ich mal, Beratung stattgefunden, was Einläufe angeht. Also auch viele persönliche Beratung, wo ich auch merke, das ist wirklich noch ein ganz großes Thema. So Zähneputzen ist für viele normal, aber auch so sein Mastdarm, dass man das unterstützen kann, gerade bei einer Entgiftungskur, Parasitenkur, dass das wirklich auch erleichtern sein kann. Also da freue ich mich über jeden Einzelnen, den ich da bewegen kann, für diese Kur wirklich auch einen Einlauf zu nutzen und dass es auch wirklich Erleichterung bringt. Und wir nutzen für die Kur auch im Einlaufwasser zum Beispiel Knoblauch. Es gibt ja bestimmte, oder Zitronensaft oder Apfelessig. Man kann ja auch gewisse Mittel ins Einlaufwasser machen. Und diese, ich glaube, den Parasitenbericht, den du gerade gemeint hast, sie hat zum Beispiel auch noch das Einlaufwasser genommen. Also man kann ja noch verschiedene Werkzeuge nutzen, um die Parasitenkur. Ich bin da gar nicht nur auf, nur das dürft ihr nehmen, sondern da gibt es immer noch Impulse, da sagen die, ja, ich nehme jetzt und das habe ich ausgeschieden. Das hat das Ganze nochmal verstärkt und unterstützt. Eva, was hast du denn so, oder was hast du, was haben die Teilnehmer für Erfahrungen mitgeteilt? Wie würdest du das so zusammenfassen? Was, ja, was sind so die Erfahrungen, was am häufigsten vielleicht auch vorkommt, was die Leute merken durch diese spezielle Kur? Ich glaube, was sie mögen, ist, dass es sehr einfach in der Anwendung ist. Das ist ein sehr klares, kurzes oder einfaches Protokoll und durch diese Möglichkeit, dass sie nicht alleingelassen sind, also dass man ein bis zweimal die Möglichkeit hat, sich mit uns und aber auch mit anderen Teilnehmern auszutauschen, gibt eine unglaubliche Sicherheit und auch einen Mut und auch eine Zuversicht oder ein sich Trauen, dass das jetzt keine so eine große Sache ist, dass das jeder durchführen kann. Man ist auch nicht alleine gelassen. Ich finde das toll. Also ich hätte das wirklich gefeiert sozusagen, wenn das vor ein paar Jahren schon zur Verfügung gestanden wäre, sowas, wo man einfach auch mal an einem Punkt, wo man denkt, oh Gott, ist das jetzt richtig? Mache ich das richtig? Das fühlt sich jetzt nicht mehr gut an oder jetzt kommt da was hoch, jetzt muss ich weinen, jetzt fühle ich mich traurig oder ist das jetzt schon eine Ausscheidung gewesen oder nur Biofilm oder bilde ich mir das jetzt ein? Und naja, man kann schon recherchieren irgendwo oder andere Fragen, aber wirklich so mit anderen, die zum gleichen Zeitpunkt denselben oder in den ähnlichen Prozess durchmachen, das ist doch fabelhaft irgendwie, dass man sich da eingebunden fühlt, dass man nicht alleine ist, dass man Fragen stellen kann, dass man sich austauschen kann. Also das finde ich super und ich merke immer wieder, wie dankbar die Leute sind, dass es eben jetzt Möglichkeiten und Wege gibt, sowas auch leicht zu machen in der Anwendung und in der Durchführung und auch im Prozess und unterschiedliche Fragen oder unterschiedliche Erfahrungen kommen und jedes Mal erweitert es auch unser Repertoire, was möglich ist. was alles sein kann und ich finde es schön, dass die Menschen sich auch miteinander öffnen, weil sie wissen, das ist jetzt ein geschützter Raum, da darf das passieren und die öffnen sich dann auch, die Menschen, in allen möglichen Richtungen, also seelisch, aber auch was körperlich passiert. Ja und generell finde ich es gut, dass dieses Thema Parasiten, was ja irgendwie sehr, mir fehlt gerade das Wort, was jetzt nicht so ... Ja, aus dieser staubigen Ecke so ein bisschen rauskommt, oder? Ja, oder aus dieser ekligen, oder so verheimlich, ich muss es irgendwie verheimlichen, oder es ist was ganz Spezielles, dass es so ein bisschen, ja, die Leute offener dafür werden, sozusagen. Ja, es sind auch oft so Ängste, dass die Leute Angst haben, was in ihrem Körper ist und das versucht man dem Call auch zu nehmen, dass sie als Befreiung, als Geschenk sehen, dass etwas den Körper verlässt, was da eigentlich nicht rein gehört. Und das versuchen wir dann auch ein bisschen mit zu begleiten, dass sie die Ängste verlieren. Und mal, ich weiß noch, ich kann mich ganz am Anfang hat auch eine mitgemacht, die war auch ganz zirkerlich, da habe ich mich ganz oft wegen Einlauf ausgetauscht, und so, wow, da kam was raus, die hat mir nur nachts Bilder geschickt. Habe ich, glaube ich, auch mal geschickt, letztes Jahr. Und sie war so, oh Gott, und dann habe ich sie auch immer ein bisschen begleitet, habe gesagt, du, das ist super und freu dich, jetzt hast du es rausgelassen und total interessant. Und sie war dann nach ein paar Wochen oder Monaten des Mitmachens so abgeklärt, sie hat dann sogar mal in Chor mit moderiert, als, ja, so ein Zoom-Programm war da auf einmal viel vertrauter damit, hat anderen jetzt die Angst genommen, hat anderen gesagt, Mensch, mach das mit, und das ist einfach so eine Erleichterung, auch was auf mentaler Ebene da passiert. Und das ist einfach schön zu sehen, dass die Menschen ihre Ängste verlieren und auch vor ihren eigenen Ausscheidungen, dass sie da keinen Egel haben, das gehört ja irgendwie dazu, dass sie das einfach loslassen und mit Freude loslassen. Das war ja im Körper zumindest vorher drin, also hat es ja auch irgendwie so da dazugehört. Ja. Und das ist ja irgendwie immer noch so ein Tabuthema, dass man über solche Themen spricht, über Dinge, die in uns drin sind, die da vielleicht eher raus sollten, aber da, ja, das ist immer noch irgendwie so ein Tabuthema. Aber gefühlt kriegen wir die Leute mit der Zeit immer mehr aufgeklärt oder dass sie sich öffnen für diese Themen. Ja, und das ist ja auch so, Entgiftung, wissen wir ja alle, das ist in der heutigen Zeit so wichtig. Und das würden wir ja jedem Menschen empfehlen, sich erst mal bewusst zu machen, welchen Schadstoffen wir ausgesetzt sind, was die anrichten können und dass wir alle belastet sind, auch schon durch diese Geschichte. Mutter gibt ihre Gifte ans Kind weiter, gerade ans Erstgeborene. Also wir sind alle belastet und die Belastungen akkumulieren sich ja von Generation zu Generation. Und die Produkte, die wir ja für die Parasitenkur einsetzen, sind ja auch konzipiert für die ganzheitliche Entgiftung. Das heißt, es ist sowieso angeraten, die Entgiftung zu unterstützen, das für sich bewusst zu machen und dann eben mit den gleichen Produkten, die entgiften, auch einfach die Parasitenkur zu machen. Also man braucht jetzt nichts extra oder so. Es sind drei Mittel für eine ganzheitliche Entgiftung auf den drei Ebenen Körper, Geist und Seele und dann nutzt man die einfach ein bisschen höher dosiert für die Parasitenkur. Das ist einfach schon genial, so genial konzipiert. Ich würde mal noch kleiner Warnhinweis, ein paar Dinge zeigen, die so die Leute in die Gruppe oder auch teilweise uns per Nachricht mitgeteilt haben. Einfach so Sachen, die da so rauskommen aus dem Körper. Man sieht ja auch, das ist dann schon einiges. Also jeder weiß ja ungefähr, wie das sind jetzt eins, zwei, drei, vier Stück Toilettenpapier sozusagen. Kann man sich ja vorstellen, wie lang das ungefähr ist. Ja, und ganz wichtig ist nochmal zu sagen, dass viele Parasiten sieht man nicht, weil die sind ja so klein, dass sie für uns unsichtbar sind, für das menschliche Auge. Das heißt, man kann auch Parasiten ausschreien, ohne dass man es sieht. Aber wenn man sowas sieht, ist natürlich eindeutig, dass da halt zum Beispiel verschiedene Würmer rauskommen in verschiedenen Größen, wie zum Beispiel auch hier. und das sind auch ganz sicher keine unverdauten Nahrungsbestandteile oder Ballaststoffe. Ja, ich habe mich schon seit einigen Jahren damit beschäftigt und kann das mittlerweile ganz gut unterscheiden und weiß auf jeden Fall, dass das hier auf jeden Fall eine parasitäre Lebensform ist. Ich habe das auch teilweise schon einer Ärztin weitergeleitet, die sich schon seit Jahrzehnten mit dem Thema Parasiten auseinandersetzt und die halt auch häufig solche Bilder zugeschickt bekommen und die hat mir das auch nochmal bestätigt, dass das halt verschiedene Würmer sind. Und genau das so noch als kleiner Appetizer für die Leute, die das interessiert. Und ja, gibt es noch was, was wichtig ist bezüglich dieser Vollmond-Parasiten-Core? Gibt es noch irgendwelche Infos, die auf jeden Fall in dieses Gespräch mit hineinfließen sollten? Also ich würde sagen, lasst euch das einfach nicht in gehen, mal dieses Gefühl der Leichtigkeit und auf allen Ebenen chronische Krankheiten können sich reduzieren, man fühlt sich einfach lebendiger, der Fokus ist wieder da, der Geist darf sich wieder gesund ausdehnen. Ich weiß nicht, ich kann es mir gar nicht mehr nicht vorstellen, wie das, also ich weiß ja noch, wie das Körper-Geist-Gefühl auch vorher war, obwohl ich auch schon sehr achtsam mit meiner Gesundheit umgegangen bin. aber dieses so Schritt für Schritt langsam in seinem Tempo sich zu entlasten, zu reinigen, das ist schon ein Unterschied, definitiv, also auf allen Ebenen. Auch, was sich bei mir hormonell getan hat, also ich kann es gar nicht so beschreiben, es ist einfach ein ganz anderes Lebensgefühl. Ja, also man könnte sagen, die Erfahrungen sprechen für sich, also einmal, dass es so viele positive Erfahrungen gibt und auch, dass es jetzt schon über 2000 Leute in der Gruppe sind, die werden ja nicht ohne Grund dort sein, auch viel über Weiterempfehlungen und ja, ich denke auch, das, was du gerade gesagt hast, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, wobei, noch ganz wichtig, für die Leute, die das interessiert, die auch mal an einer Kur teilnehmen möchten oder halt die Infos dazu haben wollen, die Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch dann einfach darin hinwenden und dann alle wichtigen Infos bekommen. Silke, hast du noch was für uns, wo du sagst, hey? Ich schließe mich euch beiden an und möchte einfach die ganz, ganz Interessierten herzlich einladen, ja, mit uns den Weg erstmal der ganzheitlichen Entgiftung zu gehen und dann auch noch, ja, die Parasitenkur anzuschließen und ja, Eva und ich, wir moderieren meistens den Zoom-Call, ab und zu ist auch mal der Sören dabei, also ja, uns macht das viel Freude und ja, die Erfahrung sprechen einfach für sich und wenn irgendjemand jetzt mit dem resoniert, was wir hier gesagt haben, dann herzlich willkommen. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, wir sehen uns bei der nächsten Vollmond Parasitenkur oder wir lesen uns oder hören uns und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis. Tschüss. Tschüss. Tschüss.